Hi und willkommen zu einer weiteren Folge Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Ja, wir sind hier im Kosmodrom und ich habe mir gedacht, in der heutigen Folge würde ich gerne mal mit euch in einen legendären verlorenen Sektor rein. Zuvor gehen wir aber einmal ins Charaktermenü und ich würde gerne meine Ausrüstung, das Powerlevel ein bisschen erhöhen. Den Helm lassen wir auf 17,97 bzw. Ja, auf 99 können wir ihn hochrüsten. Einmal entsperren. Gehen wir weiter zu den Panzerhandschuhen. Kriegen wir auf 1800. Der Brustschutz folgt direkt im Anschluss, weiter zum Beinschutz. Und zu guter Letzt der Jägerumhang. Wir gehen mal runter zur Flagge. Ja, ich habe mir den Wunschänder, die Trichternetz- und Blanks-Bewegung als Waffen mal ausgesucht. Und wir gehen direkt rein und schauen mal, was uns erwartet. Und da wären wir auch schon drin. Einmal nachladen. Ein Barriere-Champion. Der war daneben. So, der erste Champion wäre down. Hier hinten haben wir das Siegel. Dann können wir weiter. Was mir so sehr an dem Bogen gefällt ist, dass man immer schön sieht, wo die Gegner sich befinden. Man hat quasi keine böse Überraschung. So, wo haben wir das andere Siegel? Einmal im Kreis gelaufen. Lasst uns mal hier durchgehen, das ist schon eine Zeit lang her, als ich das letzte Mal diesen Sektor gespielt habe. Okay, wir haben beide Siegel. Da kommt ein Champion. Oh. Nochmal eine Barriere. Okay. 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 ich hatte die explodierenden dinge gerade noch rechtzeitig und down sehr schön bisher bin ich ganz zufrieden ich muss mich kurz halten muss kurz warten ja da hat er mich erwischt ich treffe die nicht oh wow und schon das geländer ist echt nervig und down sehr schön ein kreischer hier oben oha an ogre was würde ich nur ohne den bogen tun der ist wahnsinnig der ober hält einiges aus nichts riskieren gleich haben wir ihn down ein zwei schüsse noch da ist er down sehr schön okay Okay. Den hätten wir auch. Ja, läuft doch ziemlich gut, ich bin zufrieden. Eine Hexe, kann ich da durchschießen. Komm her. Komm her. Oh, ich würde gern die Hexe wegmachen. Komm. Die nervt. Okay, die wäre weg. Wiedergänger Ritter. Ja. Daneben. Komm schon. Sehr gut. Aktuell bin ich sehr zufrieden. Was haben wir hier hinten? Okay. Da ist der Boss. Immer schön versteckt halten. Oh, nice. Den hätten wir down. Schön. Cool. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Hexe? Irgendwo war doch noch eine Hexe. Oh, den habe ich zu spät gesehen. Ich würde sagen, das war's, oder? Das ist portalisch verschwunden, es sind keine Gegner mehr da. Jetzt müssen wir nur die Truhe finden. Ich stehe hier oben. Ja. Ja, sehr cool. Lass uns mal den Missionsüberblick anschauen. Vollständige Ergebnisse. Ja, 15 Minuten. Ich denke, das schafft man schneller. Cool. Ich freue mich. Lasst uns raus, falls wir rauskommen. Mega. Ich freue mich. Legendärer, verlorener Sektor. Welts Labyrinth abgeschlossen. Wir kehren mal zurück in den Orbit. Ich bin einmal nach Neptun Neomuna gereist. Ich möchte hier gern noch bisschen Aktionen ausführen, um weiterzukommen, Strangmeditationen zu sammeln. Oh, ganz schön was los hier. The Treasure. Ja, come on. Bin gleich tot. Ja. Sind wir auch schon tot. Ja. Sind wir auch schon tot. Nein, wir kommen noch mal wieder. Dann fuhren wir ja oft hier Punkt an. Ich komme noch zu 來 und möchte zu dienen hier hin. Ja ? Ja, je stunning. drei anker zu stören ich fahre erstmal in die falsche richtung habe mich fehlleiten lassen von dem marker hier geht es lang so Moon Oh wow Ich falle Ja Danke Treasure Die Vex hauen mit dem Feld ab! Schnapp sie dir bevor sie beim Nexus sind! Das ist nicht dein Geist! Ich bin dein Geist! Schnapp sie! Ich werde die Mitte hin! Hier haben wir einen Akkuschädel. Hey, lass mich durch. Sehr schön. Eine Truhe. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay, wir gehen weiter zu den Ankorn. Okay. 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 Ja, schön daneben. Hmm. Irgendwas ist doch komisch. Also irgendwie kommen wir hier gerade nicht weiter. Okay. 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 Übersehen wir irgendwas? Jetzt haben wir ihn da. Was war denn jetzt los? Okay. 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 Down, sehr schön. Oh, we fun. Oh, we fun. Ach ja, bitte. Da hinten ist noch einer. Schwere Munition mitnehmen, wichtig und richtig. Dankeschön. Da hat sie mich noch mitgenommen. Ah, diese Wii von Wahnsinn. Okay, Mission bzw. Event abgeschlossen. Jetzt, wo das Störgerät weg ist und Messerreck von der Bildfläche verschwunden ist, kommen vielleicht endlich wieder Ruhe und Riebel in das Leben der Einwohner. Ja, was kriegen wir Schönes? Okay, super. Ja, ihr Lieben, wir werden am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr in dieser mit dabei wart. Ich freue mich auf die nächste. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.